Und damit ein recht herzliches Willkommen zu Project Zero und die Maske der Mondfinsternis. Herzlich willkommen zu einer neuen Streamsession. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Ich wünsche euch was. Schön, ja. Ich habe ja letztens so eine Hilfe gebraucht, ja. Und ich habe auch schon gesehen, dass wir gar nicht mehr so viele Kapitel vor uns haben. So, um uns mal zurechtzufinden. Wir sind jetzt mit Ruka unterwegs. Eigentlich die Hauptprotagonistin, weil die ja eigentlich auf die Insel gekommen ist, um den Hintergrund zu erfahren, warum, wieso, weshalb, was sie da tut, was sie da macht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sieht das mit Items aus? Ich glaube, oha, so schlecht? Warte mal. Ein Spiegelstein. Extra Filmtyp. Nur zwei. Ein spezial behandelter Film. Höchstmögliche Stärke. Lange Ladezeit. Ja, dann, äh, genau so macht man das. Erstmal wieder reinkommen in die ganze, ganze Steuerung. Wir werden eintauschen. Und zwar, Kräutermedizine bis zum Umkippen. Was ist denn das Maximum? Achso, kann ich gar nicht. Achso, ich kann auch so machen. 10, 22, 25, ne? Oh, Maximum, wenn... Ja, wir hätten dann noch genug Punkte. Aber, ne, komm. Ähm, machen wir 25. Das soll erstmal reichen. Ähm. Extras Kostüme haben wir nicht. Ich speichere das jetzt einfach nochmal. Sicher ist sicher, ne? Der, der, der... Der Autosave, ne? Gut. Warte mal, was ist unsere Aufgabe? Finde die versiegelte Maske auf dem Foto. Ja, stimmt. Wir haben ein Foto gemacht. Weil wir durch... eine Tür nicht gekommen sind. Die haben wir schon fotografiert. Okay. Ist ja schon ein bisschen gruselig, ne? Ich meine, das ist ein schönes Haus. Keine Frage. Okay. Ist ja die Frage, wohin, ne? Ist ja die Frage, wohin, ne? Ich sehe schon, da ist ein bisschen Ausschlag auf dem Mikrofon. Ach, hier ist der Eingang. Hier sind wir reingekommen. Liegt wahrscheinlich an den Ventilatoren. Leider ist es... Leider ist es ziemlich windstill. Da bringen dann die doppelten Fenster auch nichts. Ich habe ja Parallelfenster und... Wenn es denn ein bisschen windig ist, dann hast du einen kleinen Durchzug. Und wenn der Ventilator noch dazu ist, dann... Richtig schön. Vielleicht hätte den... Ist ja nichts mehr, ne? Den vielleicht auf... auf... Silence stellen können. Ja, vielleicht hört ihr das auch gar nicht. Vielleicht ist der Ausschlag noch maximal oder minimal da. Machen wir da... Machen wir da immer ein bisschen Sorgen. Wegen Rauschen. Nachher fürs Let's Play ist immer doof. Aber... Selbst da... Filter ich den immer noch. Diese ganzen Masken, ne? Das ist... Das ist einfach nicht die richtige. Wenn du dann wieder so eine Pause gehabt hast, dann musst du dich erstmal wieder zurechtfinden. Der Geist, der mich gelotst hat... Er ist ja auch nicht mehr da. Oh. Wir können ja mal... Warte mal. Wir können ja auf die Fotos gucken. Keine Fotos gemacht. Ähm... Ist das Aufzeichnung? Dokumente? Bilder? Hängende Massen. Wiege. Dieses Loch, ne? Das ist auch... Mitten im Raum ist einfach gruselig. Ich glaube, um die geht's. Ach, wir gucken uns hier einfach weiter um. Wir werden schon den richtigen Weg finden. Wir haben... Wir haben Zeit. Ich hab Zeit. Ihr habt Zeit. Wir auf YouTube können jetzt... den magischen Vorspul-Button benutzen. Oder man schaut gebannt dabei zu. Oh. Jetzt fängt das tatsächlich an zu regnen. Und jetzt merkt man das auch. Kommt dieser kühle Wind. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ist doch so, ne? Ne, sind wir nicht. Sieht nur so aus wegen dem... in der Wegversperrung. Uh. Das ist neu. Glaube ich. Bis mich hier gleich wieder was erschreckt. Weißt du, ich bin jetzt so... unbefangen und bin noch relativ... vital, sag ich jetzt einfach mal. Nicht angespannt. Ich sollte vielleicht nicht so laut darüber sprechen. Dann kommt's immer... dreimal dicke. Ne, das ist nicht neu. Hier waren wir... hier waren wir auch schon. Hier haben wir dieses... Mondbild geschossen. Ganz ehrlich, ne? Wer zur Hölle... ganz... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich würde es nicht machen. Diese Geisterradius, ne? Können wir auch nichts mit anfangen. Sind die so schwer, die Türen? Oder sollte man die vielleicht einfach nochmal ölen? Ja. Ja. Ist er schon wieder. Das hatten wir schon mal, mein Freund. Die... Geschichte in der Wand. Die ist halt uncool. Aber vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Baby. Ist das noch gewittert? Das sieht so ein bisschen aus. Das würde die Atmosphäre ein bisschen im Befürworten. Ah, guck mal an. Man muss da schon richtig hinleuchten. Rukas Tagebuch. Rukas Tagebuch. Ich bin ein bisschen ratlos. Was nicht gut ist, ne? Da brauche ich gar nicht reingehen. Ich hätte vielleicht den Guide mal wieder aufmachen sollen. Oder vielleicht vorher mal lesen. Er kann ja jetzt nicht angehen, dass ich jetzt auf den letzten drücke. Geht ja auch nicht auf. Und so groß ist das hier gar nicht. Das war's eigentlich schon. Ursache nicht, dass die Maske nicht hier ist, sondern woanders. Dann kann ich wirklich lange suchen. Wir gehen mal wieder zum Haupteingang. Mal gucken, wie wir raus können. Kurz speichern. Sehr gut, danke. Ist gerade ein ganz merkwürdiges Licht draußen. Kommen wir hier. Okay. Hier war ich noch nicht. Glaube ich zumindest. Der Zeug ist ausgelegt. Wird das fast ausgebeult? Ich fühle mich fühlt sich so weich an. Ansonsten keine Reaktion. Fasst das auch an? Und dich habe ich schon gesehen. Warum fässt man denn so was an? Da kann ja sonst was bei sein. Okay, zack. Ah nee. Gut. Dann fährt es hier noch Film rein. Sicher ist sicher. Obwohl, nee, warte. Können wir auch im Angriff machen. Wenn wir an... Oh, guck mal. Hier ist auch was... Ich spreche das jetzt nicht an, ne? Sonst hier fotografieren. Lauf nicht. Hm. Alles mal wurde entfernt. Das ist voll frech mit dem sofortigen Kangengriff, ne? Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Oh, Spiegelsteig. Nee, der ist lebendig. Nein! Was nicht? Die Wundekönig. Ach, du bist noch nicht tot. Danke für den Blick in die Kamera, mein Freund. Alter Schwede. Fast wieder tot hier. Da haben wir keinen Spiegelstein mehr. Das darf ich nicht vergessen. Weil ich habe mich auf den... Auch ein Püppchen versteckt. Ich habe mich auf den Spiegelstein immer verlassen, wisst ihr? Da liegt es. Stammbaumbuch. Okay. Zur Tür. Und raus hier. Bevor der Hammermann wieder auf mich zukommt. War das hier? Nee. Ah. Rechern. Danke. Ah, jetzt. Hä? Hä? Kann man doch weg... haben wir doch weggemacht. Ich bin verwirrt. Vielleicht kommen wir hier jetzt ganz raus. Vielleicht darf ich nicht durch die Maskentür. Nö. Okay. Ich werde eigentlich voll happy. Okay. Dann untersuch das mal. Weil was möchtest du untersuchen? Oder hat jetzt eine andere Maske ein Talisman? Okay, das ist auch neu. Okay. Okay. Wohin? Ins nichts? Öffne den Eingang zum Tempel des Totenreichs. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Irgendein Tempel der Toten aufmachen. Ich stelle das für keine kluge Idee. Soll ich das jetzt auf dem Klavier spielen? Den großen Schrank, der interessiert dich gar nicht, ne? Na gut. Wir gehen. Wir gehen. Ich gehe dann mal hoch zum Klavier, um zu gucken, ob ich daran spielen soll. Welcher Speicher? Ähm. Öffne den Eingang zum Tempel des Totenreichs. Gut, vielleicht muss ich ja auf meinem Klavier spielen und dann passiert was. Oder da oben steht ein Klavier. Das kann vielleicht sein. Das ist schon ein großes Haus, ne? Ich stelle euch das mal vor. Oben ist euer Reich. Das wäre schon geil. Oben sind zwei Zimmer. Bloß ein bisschen modernisieren, weißt du? So mit Toilette und schick im Badezimmer. Ups. Okay, ich soll doch nicht spielen. Kann ich denn jetzt raus? Die andere Frage. Wir haben das nur abgecheckt aus Sicherheitsgründen. Nachher habe ich das wieder vergessen. Oder beziehungsweise nicht gemacht. So wie in dem letzten Part. Mit Chiro. Wo ich dann einfach nicht verstanden habe, dass ich... Hätte ich dem Geist... Wäre ich dem Geist gefolgt, hätte ich dem Geist Aufmerksamkeit geschenkt. Und wäre dem hinterher gelaufen, dann hätte ich den Schlüssel sofort gehabt. Aber... Nö. Der Fuchs musste wieder in tausend andere Richtung gehen, weil... Weiß ich nicht. So, es passiert öfters. Ist das meistens gut? Nö. Mache ich es trotzdem? Ja. Habe ich von früher einfach so beim Spielen halt... Das hat man irgendwie nicht vergessen. Wenn man früher dann halt irgendwie in... Ecken gegangen ist oder so. Wo man vielleicht hätte nicht sein sollen. Dann hast du halt was gefunden. Mach sie doch ab. Einfach abreißen. Und Tür auf. Okay, dann gehen wir halt durch die andere Tür zurück. Ich hoffe ja mal, dass die jetzt offen ist. Inselbewohner. Das sind die drei Masketen. Oft genug getroffen. Nicht unbedingt freundlich, aber... Naja. Ah. Guck mal an. Na dann. Hier noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Okay. Kurzer Blick auf die Karte. Also irgendwo sollen wir hier hin. Ob man mich hier... Einfach so durchlässt? Bezweifelt das. Lauf damit! Okay, das kann kommen. Was? Nur mal gucken, wo es hinführt. Nirgendswohin. Gute Türen sind gute Türen. Ist gehört? Gute Türen. Wo denn? Ah. Guck mal einer an. Schau mal. Guck da mal. Wer guckt da hinterm Baum hervor? Also ich glaube, der, der die Puppen versteckt hat, der hätte bestimmt echt viel Spaß. Hier, du hast 99 Figuren, die musst du verstecken im ganzen Spiel. Let's go. Okay, mach ich, Boss. Oh Gott. War das hier schon... War das jetzt hier auf dem Headset oder war das... Ich glaube, das gewittert. Das hatte ich... Weiß ich nicht. Vorletztes Wochenende... Hat das hier auch so richtig krass um... Um eins... Um eins hat das hier richtig gedonnert. War sofort wach. Okay, ich folge euch einfach mal. Es ist sehr mal ein gutes, dem zu folgen. Glaube ich zumindest. Ich habe nämlich... Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hin soll. Weil das... Was mir gezeigt wurde, habe ich nicht gesehen, weil keine Karte fand. Ui. Ui, ja. Wirklich, ui. Der glänzende Boden. Glänziger Boden. Ich habe mich bei dem Geburtstag geflogen. Ich bin... ... ... ... Oh, nein. Hier sind schon wieder diese Kinder. Das macht doch auch die Schaden dafür nicht gut. Das schwindet doch einfach. Ah, ätzend. Oh nein. Loslassen. Ganz kurz. Ich sehe, dass es blinkt, blinkt und blinkt. Besser ist. Aha, aufgerechnet. Jetzt in die Mitte. Boah, das ist ja von unten. Aha. Oh nein. 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 Oh mein Gott! Oh. Aaaaah! Oh oh! Schnell, schnell, schnell. Gott sei Dank habe ich mir echt viel Kräutermedizin gekauft. Auch nicht mehr so viel davon. Ich hoffe, ich sehe euch nie wieder. Platziert. Ja, aber die Maske hat das Zimmer auf den Altar platziert. Der Schmuck darauf beginnt. Bewegen. Warum? Berühren. Ah, guck mal, das ist, das ist doch cool. Dank dem Hinweis ist das ja relativ, relativ einfach. Hätte man wahrscheinlich auch ohne Hinweis finden können. Beziehungsweise man hätte den Hinweis nicht finden müssen. Da hat man den... Ach, egal. Bin gerade durcheinander. Sicher an, als sei irgendwo eine Maschine in Gang gesetzt worden. Die geheime Geheimtür. Speichern. Danke. Dann möchte ich aber gerne nochmal eintauschen. Mal 10 davon. 29 davon. 31 davon. Wie. Erstmal ein bisschen shoppen. Weichere ich euch das lieber nochmal manuell. Jetzt wo wir gerade so schön eingekauft haben. Muss ja nicht verloren gehen, ne? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Oh. Oh. Kommen wir jetzt, kommen wir jetzt dahin, wo wir hin sollen? Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, wie viel mehr kommt, aber ich weiß, dass wir relativ gut vor dem Finale stehen. Dann bin ich mal gespannt, ob das, ähm, aufklärt. Ob ich am Ende schlauer bin, weil, vielleicht liegt es an den Pausen, ich weiß es nicht, aber ich bin, was die Story angeht, irgendwie so nicht mehr auf dem grünen Zweig. Das ist halt immer die Frage, ne? Diese umhererenden Geister, wissen die, dass ich da bin? Die anderen ja anscheinend. Ich weiß auch gar nicht so, wie das mit den Geistern hier funktioniert. Einige sind wie diese. und das Erinnerungen oder Erscheinungen, ich weiß es nicht. Die anderen greifen mich an. Das sind ja auch nur Geister hier, ne? Es ist sonst nichts hier. Ah. Oh. Ja, ich hab jetzt, äh, jetzt, wo ich die Tür aufgemacht hab, weißt du? Wo bist du denn? Wo hast du dich versteckt? Hm. Da oben? Mann, Fies. Hab dich, Fräulein, hab dich. Jetzt aber. Jetzt durch die Tür. Oh, ich weiß, wo wir sind. Da, wo das Rittu... Ja, ich glaube, hier ist der... So, erstmal Fenster zugemacht. Der Nachbar da auf dem Parkplatz ist da... Direkt hier unter meinem Fenster. Der spielt da gerade wieder... Mit seinen Spielzeugen rum. Oder was er da auch tut. Irgendwas an seinem Firmenfahrzeug. Ah, ich hab... Da liegt was in der Mitte, ich hab's gesehen. Eigentlich wollte ich hier noch schnell die Puppe mit fotografieren, aber... Da musste er... Das schneide ich definitiv nachher raus. Das ist ja... Sehr grässlich gewesen, das Geräusch. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn dieser Felsen durchsichtig wäre, so, ne? Das ist wahrscheinlich die Spiegelung von oben. Gibt ein bisschen merkwürdig aus. Wo mag die sich verstecken? Wenn man das Klingeln hört, dann soll man die sehen können. Wurde grad sagen, ist doch egal, aber... Da ist sie. Dann gehen wir mal in die Mitte und schauen, was passiert. Auf geht's. Liegt auch ne Puppe. Ah... Oh. Amen. 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 姉さん、これはどういう事だ? 念を打ち損じたか、そうや。 完成していたはずだ。なぜだ。 Ich weiß, was ich wissen, was ich in diesem Ort sehen kann. Wir sind zusammen. ein Maskenfragment gefunden. Okay, okay, okay. Also ich weiß nicht, was er da macht. Das hört sich so an, als wenn er in seinem Fahrzeug da Regale anbohrt oder was auch immer er tut. So, ich hoffe, ihr hört es nicht. Das wäre sehr, sehr, sehr komisch. Ich versuche erst gar nicht, das zu erklären. Oh nein. Oho. Laufrucker live. Wir können ja nichts anhören. Das ist die Aufgeblühte. Die, die wir gerade gesehen haben, wie die Maske gegrissen ist. Schnell, 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 schnell. Guckst du denn hin? Ich gucke so schräg nach oben, weil die so direkt hinter mir ist. Kann das sein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, wenn die mich kriegt, dann bin ich sofort tot. Ui, das war aber jetzt aber fies. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ich habe langsam genug von gespukenem Geister. Ich wäre schon längst wieder zurück. Mich würde das glaube ich nicht mehr interessieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Gleich schon beim ersten Geist. Tschüss. Keine Lust mehr. Hier bin ich weg. Das sind halt alles Rachegeister, ne? Und nun? Wir haben kein Ziel. Wir haben schon 45 Gruppen. Ja, wohin soll ich denn? Na, hier war das... Vielleicht hätte ich da schon vorher rein können. Bin ich ja nicht. Vielleicht deswegen. Das ist zwar das Kartenfragment fehlerhaft gewesen, weil wir es nicht entdeckt haben. Aber der Weg wurde schon angezeigt. Folge dem Schatten, den dein Vater ebt. Da haben wir jetzt wieder eine Aufgabe. Oh, wie ist die Tür noch offen? Dann muss ich das noch mal aufmachen. Ja. Ja, da geht's. Also manchmal geht's und manchmal nicht. Besucht ihren Vater. Waren wir nicht hier auch schon mal drinne? Och, hier waren wir schon drinne. Dann besuchen wir auch unseren Vater. Einfach so. Andere Seite vielleicht auch. Ne. Da dürfen wir nicht rein. Das ist ein Fragment. Aber da haben wir sie zusammen, die... Die Maske. Oha, heißt das, wir machen die Maske vielleicht wieder neu? Achso. Magie. Was ist passiert? Otau-san. Was ist passiert? Oder? Da. Otau-san. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aiken 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 Aiken